Ich bin hier gerade im Restaurant und hab hier gerade einen Racker bestellt. Das ist so ein traditioneller japanischer Kaffee. Und was hier schmeckt, ist... ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Also ich hätte gedacht, es wäre ein Kaffee, es ist aber so ein traditioneller Tee, glaube ich, hier in die Richtung. Und dieses Grüne hat gar nicht so einen Eigengeschmack. Das ist eher dann dieser Tee-Geschmack und die Milch, die wirklich hier reinsteckt. Voll interessant. Ich kann euch jetzt defensivinigen, wenn ich auf keinen absolutamenteen Buhig! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.